Öffnet das jetzt sehr fein. Ey, ich renne gerade. Ich renne! Ich weiß gar nicht mehr Videokassette zu verhaben. Der ist immer noch hinter mir. Ne, der ist nicht mehr hinter mir. Huh. I'm gonna squash you like a bug. Okay, der wird gut. Ich hoffe, Marguerite zu hören hat. Komm raus, komm raus, woher du bist! Oh, ich kriege die Emotionen. I'm onto you! Naja, das ist doch normal. War ja nicht die Grammar? Ja, das war er. Der sieht doch so ähnlich aus wie ein Adler, ne? Was ist das? Was ist das? Es wird nicht lang sein, denn ich finde dich und töte dich! Was ist das? 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 Existente die Sparatur, so geht es. Was ist das? Ja... Wer geht da die Prats, oder? Ich bin so ein Spyro, oder? Scheiße, Scheiße. Oh, die haben also auch einen normalen Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganze Ammunition-Mute, wenn das eh nichts bringt. Oh, das war eine Maschreiber. Oh, das ist nicht selbar, von mir. So, das ist nicht guckend. Schauen wir mal, ob du da draufschießen kannst. Pickmark. Ich will erstmal um, dass die runterfallen. Brina, willst du nicht mehr spielen? Nein. Aber ich hab mir das Gefühl, Jerome möchte auch lieber ein anderes Spiel da spielen. Nein. Doch, du hast Angst vor. Nein, er hat nichts mit Angst zu tun. Das ist ein Motion Sick. Vielleicht ist ein Motion Sick. Aber ich muss den Halt verloren. Was? Ich muss weiter gucken. Was soll das heißen für ein Motion Sick? Man wird davon so schwindelig. Achso. Ja, wegen der Kamera. Ich muss halt eine komische Kamera abnehmen. Ich kann das besser. Wie? Ich weiß, dass ich das nicht kann. Also, wenn ich nach oben mache, ja, jetzt nach oben. Ich wollte sowas zeigen. Sie kommen auf die Tür vor. Ich hoffe, uns sind hier in einem Raum gespendet. Verastiung vers Dávido. Aber wenn sie ganz weit linguistic �eiligen hat, davon ist das auch wieder nach oben. Oder du warst auf der Tür. Okay, jetzt decken ich mich in ein Beethofer shuts an. Ich binuhja, blockiert euch nicht mehr. Ich bin functionality absenilt. Ja. jetzt ist die Hälfte ist ja da oben die blöden und die blöden ist ja da oben die blöden die blöden die blöden ich mach die Tür die blöden Was? 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 Ich meine, das ist so dritter. Ha, ha. Fuck. Damn, man jabs. Fuck. Please. Please. Hey. Hey. Was? 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 Wer ist jetzt tot? Der 31 ist tot. Alter. Alter. Moment, dann krieg vier Handgun ammo. Ich krieg wieder. Fuck. Please. Na ja, ich weiss jetzt definitiv, wofür wir noch einen Minuten in dem Game bekommen haben. Ach, was ist er? Wenn noch einer kommt in den GQ. Definitiv GQ. Was? Warum machst du das mit mir? Alles klar? Hat mich stimmt. Wir birthday Boost. Bis dahin ist er. 제 start. E weerregulation. Oh. Merger Babe. Und Ich habe jetzt 3 Slots, oh ne, das ist ein Quick Slots. Ja, aber in den Quick Slots kann es auch nicht mehr. Also 3 Slots. Ja, der mit dem Champs-Loot kannst du wechseln. Hast ja 3 einmal, 3 mal kommt der rein. Ich muss ja auch. Ja, ich muss ja dann auch nicht mehr kommen. Ach ich habe ja auch schon wieder mit dem Spann. Wir werden noch nicht gehen. ich setze mich schon mal ein stück zurück weil ich weiß keine ahnung wir kommen hinterher oder ich gehe in derzeit habe ich kein problem ist ja kein problem ich gehe in den zählen mach die kommt mach die tüze so jetzt mach ich auf einer Pause ey wie die um die Ecke kommen das ist so creepy man scheiß kein Schwer das dreht lauf weiter und hier war ich doch nicht ich habe keine ahnung zwei dinge und ich bin rip game proper alter Dinger landen kann ne ich die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab aber keinen Bock, das die ganze Zeit mit Keyboard zu spielen. Vielen Dank. There ist noch einer. Hey, please, give me your play. Das ist noch eine. Ich hab mich doch gerade gehalten. Oder? Du kannst das nicht. Ich glaub, der ist da drin. Die gucken, jeder an der Tür ist da. Ja. Ja, das ist doch assi, Alter. Ich würde sagen, bete den. Ich baite den. Ich baite den. Ich baite den nicht. Doch, baite den. Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Okay. Hey. 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 Sorry. Ich bin nicht bereit für den peeligen Schrauben. Nope. dat mit reiningen. So, und jetzt sind wir Shotgun-Shouts und das Teil hinter dir. Irgendwas muss damit zu tun aber haben. Guck mal genau so vorne in die Tür. Das ist also andersrum, dass die andere Seite siehst. Das war's. Ich glaube, es ist eine gute Frage. Ja, aber noch eine zweite Seite. Geht einfach schimmelig. Ja, zweite Seite. Da ist mein kleiner Junge! Hier ist mein kleiner Junge. Ja, das war nicht mit I gesagt. Ja, ja. Oh, scheiße. Ich sagte, boy. Nee, bitte. Das ist alles gut. Ja, jetzt bist du wieder dran, ne? Nee? Ich kann nicht mehr. Du spielst jetzt noch mal ein bisschen. Ja, super alles, ja. Jetzt guckst du, wo der ist? I can smell you! Also du musst aus dem Raum irgendwann wieder raus, ne? Das Spiel hält nicht an. Ich vermute recht. Der ist genau hinter dir. Geht es? Ja. Geht es? Geht es? Geht es wirklich? Ja, doch. Geht es zu." . Hör Af şehir? Da war es軍. Hör auf sie. dockiste. Ich hatte das Wasser weltwein. Und das Wasser noch Poliz皆 buいた ich. Ja. Elober nicht nur. Du kannst nicht einen alten Mann aufnehmen! Haben wir die Shotgun-Shirts auf der anderen Seite aufgehoben? Wenn du da hin gehst, der ist nicht hier. Ja. Was war das? Ja. Ja. Stimmt. Und da sind drei drin. Drei Shotgun-Shirts. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Was für eine Stelle, Alter! Alter!